Johannes Rapp ist ein Schweizer Schauspieler, Leben Johannes Rapp wuchs in Stein am Rhein in der Schweiz auf, wo er bis zum 16. Lebensjahr zur Schule ging. Anschließend besuchte er das Internat Lyceum Alpinum in Zuoss, an welchem er das Abitur absolvierte. Ab 1975 besuchte Rapp einen Kurs an der Hotelfachschule in Lausanne. Nach Sprachaufenthalten in London, Paris und Florenz kam Rapp nach München, um die Schauspielschule Zerboni zu besuchen. Zusätzlich erhielt er Sprachunterricht bei Margarete Langen, um seinen Schweizer Akzent zu beheben. In Los Angeles besuchte Rapp einen Schauspielworkshop bei Eric Morris. Von 2001 bis 2004 übernahm er Theaterrollen in München. Er besitzt auch die deutsche Staatsangehörigkeit, Filmografie, 1986, Die glückliche Familie, 1987 zu 1989, Derrick, 1993. Der Gletscherclan, 1993. Im Reich des Adlers, 1994. Dr. Martin und Dr. Schwarz, 1994. Lauras Entscheidung, 1994. Die Notärztin, 1995. Tatort, Tod eines Auktionators, 1997. Liebling Kreuzberg, 1998. Ein Fall für zwei, 1999. Die Wache, 1999. Lindenstraße, 2000. Kleiner Mann sucht großes Herz, 2000. Nicht mit uns, 2001. Rosarot, 2002. Der Teufel, der sich Gott nannte, 2002. Tabave, 2002. Der Todesengel, 2003. Babija, 2003. Schlosshotelort, 2005. Marienhof, 2005. Polunglar, 2006. Die Zeit, die man Leben nennt, 2008. Soko, 5113, 2009. Rosenheim Cops, 2009. Forsthaus Falkenau, 2009. Krupp, eine deutsche Familie, 2010. Mord in bester Gesellschaft, 2010. Die Rosenheim Cops um ein Haar. Die Rosenheim Cops um ein Haar.